guten tag herzlich willkommen dankeschön was hast du mit dem auto vor ich fahre das jetzt 50 meter dahin schönen guten tag philipp bleib mal stehen was bist du hier eigentlich bei der produktion was sind so deine aufjahre ich bin innenrequisiten assistent hast gerade ein schönes altes auto fertig gemacht halt gesehen ok ja cool vielen dank und frohe schaffen jetzt aber ja 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 Das sieht doch aus mit dem Ding auf dem Kopf, oder? Die Maschine. Du musst hier bleiben, weil die haben das jetzt falsch gerechnet und kein Platz mehr für mich. Aber wir könnten mit meinem Bus hinterher fahren. Das könnten wir machen, aber das wollen wir nicht. Ich nehm den hier, den Feuerwehrmann. Du bist hier für den Sand zuständig. Genau, ich. Für sie auch. Seien Sie wie einmal. Philipp rettet den Wannsee. Markeiten. Markeiten. Jetzt mal alles hier, mein Freund. Soll ich mich mal die Lampe halten? Naja. Oh, Scheiße. Okay. Und was bedeutet das jetzt? Kurz davor. Achso, davor. Ne, das war doch drehen. Ja. 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 Ja.